Eine Unternehmenskultur mit gemeinsamen Werten und Zielen ist die Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Simrise hat ambitionierte Ziele. Hohes Wachstum, kontinuierliche Effizienzsteigerungen und optimale Produktportfolios. Und Simrise übernimmt Verantwortung für Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft, denn Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die Nachhaltigkeitsagenda ist direkt in unsere Unternehmensstrategie eingebunden und hat klare Zielvorgaben. Sie besteht aus den vier Säulen Footprint, Innovation, Sourcing und Care, die unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten mit Blick auf unser Kerngeschäft bündeln. Damit unterstützt Simrise aktiv die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Schauen wir uns die vier Säulen im Detail an. Footprint. Wir minimieren unseren ökologischen Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt Ressourcenschonung und Emissionsreduktion zur Bekämpfung des weltweiten Klimawandels. Dazu investiert Simrise in ein neues Kraftwerk in Holzminden und vermindert so den CO2-Ausstoß um rund 31.000 Tonnen jährlich. Eine Reduktion um 40 Prozent. Und mit neuen Fertigungsanlagen verdoppeln wir die Produktion des synthetischen Menthols, denn dies ist nachhaltiger als natürliches Menthol anzubauen und zu verarbeiten. Innovation. Wir maximieren den sozialen und ökologischen Mehrwert unserer Produkte. Umfassende Investitionen in Forschung und Entwicklung sind unsere Triebfeder. So entstehen Innovationen und intelligente Prozesse, die hochwertige und nachhaltige Produkte ermöglichen. Mit einer neu entwickelten patentierten Ökobilanz-Scorecard erkennen wir frühzeitig umweltrelevante Wirkungen unserer Produkte und können so konsequent die umweltfreundlichsten Wege einschlagen. Sourcing. Wir entwickeln die Beschaffung unserer Rohstoffe und deren Lieferketten nachhaltig. Denn eine stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen ist elementar wichtig. Mit dem Responsible Sourcing-Modell setzen wir auf eine lokale Rohstoffbeschaffung mit minimalen ökologischen und sozialen Auswirkungen. Beispielhaft dafür sind enge Langzeitpartnerschaften zu lokalen Zwiebelbauern im Raum Holzmänten. Das ist unsere Basis für nachhaltige, stabile und hohe Rohstoffqualität. Care. Wir schaffen bleibenden Wert für unsere Mitarbeiter und unsere Standortgemeinden. Unsere wichtigste Ressource sind motivierte Mitarbeiter mit hohem Engagement und Kreativität. Diese Talente zu finden, zu fördern und zu schützen ist unser primäres Ziel. Genauso wie die Stärkung der lokalen Infrastruktur und deren Gemeinschaften. Simrise lebt diesen Anspruch Tag für Tag. Das zeigt sich unter anderem in der intensiven Förderung von Frauen und den zahlreichen Aktivitäten zur Steigerung der Arbeitssicherheit an allen Simrise-Standorten weltweit. Schauen wir uns doch einmal an, wie Simrise Nachhaltigkeit lebt. Wo? Zum Beispiel auf Madagaskar. Unser Engagement ist eines der erfolgreichsten Nachhaltigkeitsprojekte in der gesamten Vanilleindustrie. Simrise kooperiert mit 7000 Farmern in rund 90 Dörfern. Davon profitieren mehr als 30.000 Menschen direkt und indirekt im Hinblick auf Einkommen, Gesundheit und Bildung. Außerdem reinvestiert Simrise dort 10 Prozent der Erträge in Bildungs- und Umweltschutzmaßnahmen, wie auch in die Infrastruktur vor Ort. So können Transportwege verkürzt, Emissionen verringert und die Wertschöpfung vor Ort gehalten werden. Simrise lebt Nachhaltigkeit. Das dokumentieren nicht nur diese Beispiele eindrucksvoll. Eine Vielzahl von Auszeichnungen und Awards unterstreichen, dass Simrise ein Vorbild ist und seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird. Damit zählt Simrise nicht nur zu den weltweit führenden Anbietern von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Inhaltsstoffen und Heimtiernahrung. Es nimmt auch eine exponierte, branchenführende Position in nachhaltiger Unternehmensführung ein. Unterstützen Sie uns, damit wir gemeinsam nachhaltig wachsen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017